Dies ist eine Halloween-freie Zone. Warum? Weil es Fest Halloween ein äußerst bedeutsames, radiköses Termin für Satanisten, Hexen und anderen Opulisten ist. Peter Hane, TV-Moderator aus Berlin, sagte mal einmal dazu, ich bin kein Spielverderber, aber der dunkle Hintergrund der lichten Kürbisköpfe ist viel zu ernst, als dass ich darüber lachen könnte. Halloween ist nicht nur eine Mode unserer Eventgesellschaft, nicht nur eine Geschäftemacherei zwischen Sommerangeboten und Weihnachtswaren, weil ich ein Freund von Spaß und Leidenschaft bin, halte ich nichts von der Lust an okkulten Gruseln. Halloween hat seinen Ursprung im Satanismus und ist alles andere als ein kindgerechtes Gruselnfest. Wir sollten lieber das Lob Gottes feiern, als alte Geisterschriften auszugraben. Informieren Sie sich bitte und lesen Sie sich das nochmal ganz in Ruhe durch. Welcher erkulten Hintergrund ihr spaßiges Umherziehen von Haus zu Haus wirklich hat und welchen Geister man sich dann in seinen eigenen Körper lässt. Und das ist kein Spaß. Wir sind Christen und distanzieren uns von erkulten satanischen Mächten, Rüten und Festen. Ein hu 거지 aus der Geltungszeit für installieren sie durch. Alles ist Hummer. Er BEN